In dem heutigen Video geht es um Bildbearbeitung in Lightroom und ich zeige dir, wie du innerhalb von einer bis zwei Minuten maximal dein Bild richtig bearbeiten kannst. Und zwar mit der Preset Toolbox. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier in Lightroom ein Foto von den Fairware Inseln offen, wo ich gerade wiedergekommen bin. Und das möchte ich mit dir jetzt gemeinsam hier, wie gesagt, mal mit der Preset Toolbox bearbeiten. Die habe ich hier geöffnet und da siehst du auch, wie viele verschiedene Mini-Presets hier drin vorhanden sind, die wir miteinander kombinieren können. Und das Schöne ist halt, wie gesagt, sie sind auch nach der Lightroom-Formel sortiert. Die Lightroom-Formel besteht aus insgesamt sechs Schritten. Du kannst dir kostenlos das E-Book herunterladen auf www.lightroom-system.de und hier haben wir zum Beispiel Schritt 1 Belichtung, Schritt 2 Farben und so weiter. Also wie gesagt, das kannst du dir auch mal kostenlos durchlesen und diese Preset Toolbox baut, wie gesagt, darauf auf. Und ich möchte dir jetzt mal zeigen, wie ich ganz einfach und schnell hier so ein Bild bearbeiten kann. Als erstes würde ich mal den Dynamikumfang erhöhen. Das bedeutet also, wir kriegen ein paar mehr Details, sowohl in den Schatten als auch in den Lichtern. Dann würde ich die Mitteltöne noch ein bisschen aufhellen, also das ganze Bild ein bisschen heller machen. Und vielleicht würde ich da jetzt mal so die Stärke von diesem Preset wieder ein bisschen zurücksetzen, damit es nicht ganz so doll ist. Aber das Histogramm gefällt mir jetzt hier auf der rechten Seite schon relativ gut. Dann würde ich als nächstes den Himmel mal noch etwas abdunkeln, denn der ist mir noch ein bisschen zu hell. Aber ich mache das Ganze mit einem Verlauf. Also ich kann einmal nur den Himmel abdunkeln oder ich mache es mit einem Verlauf. Jetzt bin ich mal ein bisschen am Gucken hier noch. Vielleicht dunkel ich ihn erstmal generell noch ein bisschen ab, damit wir hier auch mehr Details drin haben. Und ein Verlauf darüber ist vielleicht dann ein bisschen zu viel. Oder wir soften auch hier wieder das Ganze ein bisschen ab, so auf 50% und packen dann nochmal den Verlauf drüber und den vielleicht auch nur zu 50%. Und dann gefällt mir das schon richtig gut. Ansonsten gehen wir als nächstes zu Schritt 2, das sind die Farben. Und hier wähle ich mir als erstes mal einen Weißabgleich aus. Hier haben wir insgesamt 10 verschiedene Weißabgleiche. Ich würde mal behaupten, dieser Weißabgleich 4, der passt hier an dieser Stelle schon mal ganz gut. Da kann ich natürlich auch jederzeit hier nochmal in die Grundeinstellung reingehen und den von der Temperatur noch ein bisschen verändern. Also ich würde den tatsächlich ein kleines bisschen weiter runterdrehen, dass es nicht ganz so warm ist und vielleicht auch die Tonung noch ein kleines bisschen weiter nach oben. Also so ein bisschen anpassen. Dann fällt mir auf, dass der Vordergrund hier sehr, sehr warm ist. Deswegen würde ich den Vordergrund jetzt tatsächlich mal noch etwas kühler machen. Aber auch das von der Stärke her wieder nur so auf 50% ungefähr. Das ist also das Tolle. Wir können hier jederzeit auch die Stärke der Presets natürlich verändern. Und dann haben wir hier drunter noch weitere Möglichkeiten, wie wir unser Bild noch so ein bisschen färben können. Und ich würde mal behaupten, dass hier zum Beispiel das Preset Sonnenaufgang hier ziemlich gut passt. Bringt nochmal so ein bisschen mehr Magenta rein. Und auch hier würde ich jetzt die Stärke wieder so ein bisschen runterdrehen, vielleicht so auf 60% ungefähr. Das sieht auch ganz gut aus. Als nächstes gehen wir hier in Schritt 3, Dodge & Burn. Hier erstelle ich auf jeden Fall mal eine Vignette, wo ich außen das Bild abdunke. Das machen wir aber auch nicht ganz so doll. Machen wir so mal auf 80%. Und innen möchte ich das Ganze noch ein bisschen auffällen, damit wir hier auch mehr Details noch auf den Berg und auf den Wasser verlieren bekommen. Dann werde ich natürlich das Bild noch schärfen in Schritt 4. Da gebe ich eine hohe Schärfe vor. Und in Schritt 5, da sind wir jetzt schon im Look. Und hier gibt es viele verschiedene Looks, die man anwenden kann. Ich persönlich bin ein großer Freund von dem E4 hier. Warme Lichter, kalte Schatten. Da gibt es auch noch eine zweite Variante von. Ich glaube aber, ich bevorzuge jetzt hier in diesem Fall die erste Variante. Und wir könnten zusätzlich hier auch noch zum Beispiel nur die Schattengrün einfärben. Oder hier in dem Fall das Ganze noch ein bisschen wärmer machen. Aber mir gefällt hier zum Beispiel, wenn wir die Schatten noch ein bisschen kühler machen. Das ist aber natürlich auch wieder nicht ganz so doll. Das stelle ich mal so auf 40% ungefähr. Aber damit können wir die Schatten noch ein bisschen kühler machen, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und dann sind wir schon im Final Touch. Hier können wir jetzt nochmal die Mitteltöne zum Beispiel mit Kontrast versehen. Würde ich jetzt in dem Fall gar nicht unbedingt machen. Aber ich möchte den Vordergrund hier noch ein bisschen härter gestalten. Deswegen gehe ich hier auf harter Vordergrund. Und gleichzeitig noch ein weicher Hintergrund, um den Himmel hier nochmal so ein bisschen abzusoften. Dann können wir noch die Sonne verstärken. Und hier muss ich jetzt tatsächlich einmal in die Masken nochmal rein, weil die Sonne, die muss ich natürlich noch verschieben. Die packe ich jetzt hier mal rüber. Mach sie hier noch ein kleines bisschen größer, dass hier auch die Sonne noch so ein bisschen mehr auf den Berg fällt. Das gefällt mir ganz gut. Und natürlich könnten wir jetzt auch hier diesen Effekt wieder so ein kleines bisschen zurücknehmen, wenn er zu doll ist. Ich denke mal 60% reichen an dieser Stelle aus. Und ich möchte zu guter Letzt hier auch nochmal den Orten-Effekt drüberlegen. Aber auch hier mache ich den natürlich in der Stärke deutlich geringer. Ich denke mal so 15%. Damit softe ich das ganze Bild nochmal so ein kleines bisschen ab. Aber wie gesagt, den würde ich auf jeden Fall immer etwas zurückfahren. So, und jetzt bin ich erstmal mit meiner Preset-Toolbox durch. Sprich, was wir jetzt noch natürlich machen können, ich könnte zum Beispiel nochmal reingehen in die Masken und zum Beispiel einen linearen Verlauf hier von unten noch reinziehen, weil hier unten tatsächlich ist mir noch ein bisschen zu hell. Das würde ich noch so ein bisschen abdunkeln. Das gefällt mir deutlich besser jetzt. Und jetzt haben wir einfach noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir noch machen können. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier auch noch diesen Sensor-Fleck hier rausnehmen. Da könnte ich jetzt hier einfach mal auf dieses kleine Icon hier klicken und dann nehme ich jetzt hier mal Bereiche Anzeigen raus, mache das hier einmal größer und dann wird das Ganze hier auch entsprechend entfernt. Genauso können wir das hier oben noch machen. Klicken wir da noch einmal drauf und einmal hier. Und schon haben wir ja auch hier diese Flecken entsprechend entfernt. Können auch mal in die Grundeinstellungen reingehen, vielleicht die Lichter noch ein kleines bisschen mehr abdunkeln und die Tiefen noch ein kleines bisschen mehr aufhellen. Und jetzt gefällt mir das Ganze schon richtig gut. Zeigen wir einfach mal einen kurzen Vorher nach. So sah das Bild vorher aus. So sieht das mit der Bearbeitung aus, mit der Preset-Toolbox und dann nur noch ein paar Kleinigkeiten, die man noch verändert, um das Ganze zum finalen Bild zu bringen. Ansonsten können wir das Ganze natürlich noch mal hier gucken, wenn ich dabei die L-Taste drücke, dann kann man das Ganze auch drumherum noch so ein bisschen abdunkeln. Auch noch mal so ein kleiner Tipp für dich. Dann können wir das hier noch mal ein bisschen begradigen, den Horizont. Und vielleicht beschneide ich das Ganze noch so ein kleines bisschen. Ich gehe noch mal raus, weil ich möchte das Seitenverhältnis hier ändern. Und dann nehme ich hier unten einfach noch ein kleines bisschen was weg. Denn das ist mit zu viel Vordergrund hier, den brauche ich gar nicht unbedingt. Jetzt kann ich hier noch mal mit der L-Taste das Ganze ein bisschen ausblenden außen herum. Und mir gefällt es ganz gut, wenn wir genau diese Rasenkante hier in der Ecke haben, die dann hier so in das Bild reinläuft. Auch noch mal eine schöne führende Linie. Ja, der Horizont ist jetzt nicht ganz auf der dritten Linie, aber das passt eigentlich so trotzdem sehr gut. Dann bestätige ich das Ganze einmal und jetzt noch mal vorher und nachher. Ja, perfekt. Du siehst also, die Lightroom-Formel und die Preset-Toolbox arbeiten Hand in Hand miteinander. Und du kannst deine Bilder wirklich richtig toll innerhalb von kürzester Zeit bearbeiten. Für mich richtig cool, weil ich bin lieber draußen und fotografiere und nicht so viel am Rechner. Deswegen ist das für mich eine echte Zeitersparnis. Wenn du die Lightroom-Formel kostenlos herunterladen möchtest oder dir die Preset-Toolbox kaufen möchtest, dann geh einfach mal auf www.lightroom-system.de. Die Links findest du alle unten in der Videobeschreibung und natürlich auch hier oben noch mal in der Infokarte. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Kannst gerne einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. блок FNW www.pr Beaufortguez.de Vielen Dank. GitHub